Jo, Hallo und herzlich willkommen, ich bin es wieder, euer TobiTV und willkommen zu einem Video. Und zwar bin ich gerade mega sauer. Es geht um Artikel 13. Und zwar habe ich heute alleine 5 E-Mails bekommen. 5 fucking E-Mails wegen Urheberrechtsanspruch. Selbst in dem Video, was gestern glaube ich kam, gestern war halt über Artikel 13, wo ich nichts in dem Video gesagt habe, Musik drin war. Beat, sag ich mal, den gibt es auf YouTube, ja. Den gibt es auf YouTube und er ist frei verfügbar. Man darf ihn einfach in seinen Videos benutzen. Also letztes Video einfach mal ausschicken, man darf ihn in seinen Videos benutzen. Und was ist? Ja, Urheberrechtsanspruch. Wurde nicht gesperrt jetzt, aber trotzdem kommt auf einmal ein Urheberrechtsanspruch. Warum auch immer, total sinnlos. Ich meine, man muss einfach damit zusammenhängen, weil es ist ein freier Beat und was auch immer. Und normalerweise macht YouTube das nicht. Oder die pissen sich jetzt in die Hose, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe mega angepisst. Naja, genug Aufregung. Ist auf jeden Fall scheiße. Artikel 13 am 23. Geht einfach alle nach Köln. Jawohl. Und dann geht es los. Ich werde auch da sein. Und dann, wenn ihr mal Bock habt, ich streame derzeit auch für Twitch, Tobsen Army. Einfach eingeben. Ihr findet mich dann sofort. Ich werde auch noch mal einen Link hier reinpacken. Und da würde ich mal sagen, haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer TobiTV. Hi Melli. Und tschööö. Tschööö. pick care. Tschööö. Tschööö.